Hallo Leute, was ich nicht gesagt habe vorher ist, ich habe auch Littlest Pet Shop. Also das sind meine bisherigen Sammlungen, also die ich noch so habe. Meine Lieblinge sind eher die Bärchen, also die hier sowas, sind meine Lieblinge. Und ich habe die schon seit ein Jahr ungefähr und ich weiß nicht. Mal kaufe ich welche, mal kriege ich welche geschenkt bekommen. Ansonsten wollte ich euch mal kurz zeigen, wie die so aussehen. Und ja, Kommentare oder abonnieren würde ich mich freuen. Ansonsten bis bald. Tschüss.